Meine Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Astronew und mit dabei ist heute wieder der unwiderstehliche X-Triker. Was machst du da? Wer sonst, ne? Ich versuche meine Solarzellen aufzuheben, aber es geht nicht. Hä, wieso hast du die auf den Boden geschmissen? Nein, das ist ja dadurch passiert, dass ich draufgegangen bin, schätze ich mal. Ja, hm. Keine Ahnung, ich versuche mal drauf zu klicken. Ich kann die jetzt hier... Ah, jetzt habe ich sie. Ich habe die jetzt draufgetan. Wollte gerade sagen, kann doch nicht sein, dass es nicht geht. Aber wir müssen irgendwie mal irgendwas bauen, damit wir mal länger hier Luft haben. Das kann ja nicht sein. Was liegt da noch auf dem Boden? Was ist das? Das weiß ich nicht. Ich kann es auch nicht aufheben. Ich auch nicht. Finde ich ein bisschen blöd jetzt. Komm, wir müssen versuchen, irgendwie mal ein paar Sachen zu bauen. Weißt du, was wir brauchen? Verbindungen brauchen wir. Das sind nämlich die Dinger, wo du Sauerstoffleitungen ziehen kannst. Wir brauchen ein Gemisch dafür. Lass das mal abbauen. Ja, aber wo ist Gemisch? Das ist die Frage. Ich save eben mal, bevor irgendwas passiert. Du mit deinem scheiß save, Alter. Immer nur am save, ey. Save, 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 save. Gemisch war doch das braune Zeug. Ja, wir kommen. Hier vorne ist das, glaube ich. Wir kommen ja auch nicht so weit von der Basefag. Das ist das Problem, ne? Hier vorne ist Gemisch. Hier vorne, hier vorne. Guck mal, ich habe zum Beispiel keinen Schlauch mehr. Ich kriege keine Luft. Ja, ich gucke immer auf diese blaue Leiste da, dass ich nicht ersticke oder so. Hä? Bau doch ab, Kollege. Mann, der baut nicht ab, ey. Boah, ist das tiefes Loch, Mann. Ja, ne? So schnell graben, das würde jeder gerne mal wollen, ne? Ist so. Boah, ich muss zur Base. Ich habe kaum Sauerstoff. Krasser Typ, also ich brauche graue, ich habe noch 50%. Guck mal, das muss das blaue sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, das muss das blaue sein. Ich denke mal, das gelbe ist, äh, ist die Energie. Guck, ich kann jetzt Verbindungen platzieren hier. Ah, nice. Ah, kann ich jetzt auch machen auf einmal. Einfach so. Und da kannst du direkt viel weiter laufen. Ah, nice, Kollege, nice. Kann ich das auch benutzen oder? Ah, wir können uns das teilen sogar. Aber das ist jetzt nicht verbunden hier mit dem einen Ding. Ja, das habe ich leider zu weit weggestellt. Kann man das irgendwie rückgängig machen oder wie ist das? Keine Ahnung, klick mal drauf. Nein, nicht nebeneinander stellen. Jetzt habe ich das nebeneinander gemacht. Klick mal drauf. Hier, guck mal, du kannst es doch bewegen. Ja, ich habe auch noch einen anderen. Ach so, ja, das ist nice. Dann kann man das nämlich weiter wegziehen. So. Und das, ja. Das ist aber nicht verbunden. Guck mal, ja, wollte gerade sagen. Ich muss ja mal wieder zurücksetzen, das Ding. Warte. Das ist ja geil gemacht, ey. So. So. Nice. Endlich, ey. Endlich haben wir Frischluft, ey. So muss das sein. Was das hier stimmt. Wie das aussieht, ey. Das sieht ja so lustig aus. Ey, du saugst das ein wie ein Staubsauger, ey. Slime Rancher 2.0, ey. Was ist das, ey? Was ist denn das für ein Zeuge? Energie. Das ist gut. Energy. Energy. Okay, da vorne. Was ist da vorne? Das ist geil. Das ist cool mit dem Nachtwechsel auch. Zwar nicht so dunkel, aber gibt es hier auch irgendwie Tiere? Hast du da irgendwas schon mal gesehen? Äh, bis jetzt nicht. Brauchen wir das denn? Ja, ich meine, wir haben auch keine Waffen, ne? Das ist wahrscheinlich eher so Erkundungen und keine Ahnung was. Was ist das jetzt hier für ein Zeug? Was sammle ich dir? Manchmal sammle ich irgendwas ein. Oh, gar nicht. Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich da mit einsammle. So. Ach, du machst schon wieder Verbindung. Damit du nicht erstickst da hinten. Ja, das ist aber nett von dir. So. Du hast Energie eingesammelt. Damit können wir nix machen. Was soll das denn? Mein ganzer Rucksack ist voll, ey. Guck mal, ich habe Sauerstoff ohne Ende drin. Verbindung ohne Ende. Tank. Können wir einen Tank bauen? Aber die Frage ist, wie bauen wir den Tank? Ich klicke da drauf und passiert nix. Ja, du brauchst Titan dafür. Hast du Titan? Natürlich nicht. Ja, siehste. Titan-Idiot. Was können wir? Generator können wir auch nicht machen. Leuchtfeuer können wir machen. Ja, komm, dann bauen wir Leuchtfeuer. Ich habe keine Items dafür. Keine Ressourcen. Dann musst du das machen. Ja, ich habe es gemacht. Und jetzt, wie platziere ich das Scheißding? Wo hast du das denn? Hängt das irgendwo im Rucksack oder so? Ich habe das gerade gemacht. Da hat sich auch irgendwie sowas. Ja, so in der Art hat es dann Geräusche gemacht. Ja, da ist es irgendwo. Aber die Frage ist, wo kommt das hin? Das habe ich noch nicht gecheckt. Das weiß ich leider auch noch nicht so ganz. Scheiße. Probieren geht über studieren, ne? Ja, aber ich habe das Ding gerade gebaut. Dieses blöde Teil, ey. Ah! Hier, du musst dann drauf gehen. Hier ist das Scheißding. Guck mal, ich platziere das jetzt mal. Leuchtfeuer. Ja, und was passiert damit? Kann das irgendwas? Keine Ahnung. Hm. Hm. Oh, ich kann auch schnell laufen, Alter. Wenn ich hier Schiff drücke, wusste ich auch nicht. Doch, das wusste ich. Ja, sag mir das doch, ey, Kollege. Wenn ich von aus kann, dass du das weißt. Na, siehst du auch, wie ich immer rumschleiche. So, ich sammle einfach alles ein, was wir hier brauchen könnten, eventuell. Guck mal, da vorne ist auf jeden Fall mal, ich glaube, Harz oder was ist das? Harz 4. Harz, ja. Hier ist nochmal Harz. Die Frage ist, oh, was ist denn das hier? Warum lässt er das einfach fallen? Ich glaube, ich bin, glaube ich, voll. Dann kann er das, glaube ich, da nicht mehr mitnehmen, ne? Wenn er voll ist mit Harz. Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist jetzt, wie, ich stelle das jetzt mal einfach hier hin. Nö, dann lagern wir das einfach da. Ja. So, kannst du mal... Was ist das, Harz? Du kannst es doch hier oben lagern, pass auf. Ach so, das ist extra so ein Harzplatz oder was? Hätte ich jetzt gesagt, ja. Ah. Oder das produziert... Hä? Ah, oh, 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 what the fuck? Nice, Kollege, nice. Du kannst alles ausbauen, wenn du jetzt Kupfer reintuchst. Das merke ich gerade, Alter. Drucker, Forschung, Schmelzer, Fahrzeugbuch, guck dir das an. Jetzt habe ich es gecheckt, ey. Was geht ab, ey? Need it. Kupfer haben wir nicht. Geil, das Spiel, Mann. Richtig geil. Wo sollen wir Kupfer hernehmen, ey? Wie sieht das überhaupt aus? Lass mich mal kurz gucken. Kupfer... Ja, ist so gelblich, ne? Klar, wie sonst. Wo siehst du das denn? Wo kannst du das noch nach... Dann siehst du ja ungefähr, was für eine Farbe das hat. Äh... Ist auch, Generator braucht zum Beispiel Kupfer. Das ist gelblich. Also musst du nach irgendetwas gelblichem auch schauen, weil... Achso, kann er... Guck mal, ich drücke da drauf. Ich dachte, vielleicht zeigt er mir dann an hier. Kupfer da und da. Äh, ist ja krass. Müssen wir jetzt Kupfer suchen, ne? Ich muss nochmal hier eine Verbindung setzen. So. Tee. Hast du noch irgendwie Verbindungen? Klar. Hä, wieso hast du so viel? Was ist das denn? Gemisch oder nicht? Ne, Kupfer. Hä, wie Kupfer? Oder was meinst du? Achso, für die Dinger. Ja, 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 klar. Das ist Gemisch. Ich weiß, ich hab den ganzen Rucksack damit voll. Ich weiß auch nicht, wie es kommt. Was ist das denn? Dann müssen wir irgendwie... Vielleicht, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist das hier Kupfer, das gelbe... Äh, braune hier. Was ist denn da vorne? Guck mal, da ist irgendwas gelbes. Das ist doch bestimmt Kupfer. Ja, renn da erstmal hin so weit. Ja, komm, mach schon mal die Leitung. Ich laufe schon mal dahin. Versuche ein bisschen abzubauen. Ey, wieso habe ich so viele Leitungen? Jetzt mal ganz im Ernst. So, gar nicht. Das ist... Keine Ahnung, was das ist. Scheint wie Kupfer zu sein. Energie ist das. Boah. Ja, das brauchen wir jetzt nicht wirklich, ne? Boah, ich hab hier tausend Sachen gerade. Ah, guck mal, da spuckt die Maschine quasi so Dinger raus. Hast du das gesehen? Wenn ich dann voll mache... Und dann aufladen, gehen die hinten so Plätzchen, jetzt schon fast gesagt. So gegen... Die wird immer fetter und dann spuckt er da so Dinger aus. So Briketts quasi. Ja, nice, nice, nice. Und dann liegen die hier einfach rum, ey. What the fuck? Oh, ich hab nicht mal viel Sauerstoff. Warte, ich mach nochmal die Energie-Dinger vorher. So. Wo ist das Sauerstoff-Ding? Ah, wie viel hast du, Alter? Vor viel, ey, krass. Ohne Ende. Boah, wir sind weit weg von der Base. Das kann man schon sein, ne? Ja, wir sind schon weit weg. Am besten werden wir gleich nochmal safen, ey. Wie hebe ich das denn auf? Einfach draufklicken. Ohne, ohne, ähm... Kann ich nicht. Muss, 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 muss. Kann ich nicht. Was sind denn hier für Bälle, ey? Was geht hier ab? Was ist das hier für ein Mist, alles? Zum Glück ist mein Rucksack noch relativ voll, ey. So, Energie hab ich. Was ist das hier? Kupfer, ich hab's gefunden. Ja, weißt du? Ich muss voll die Weitsstation ziehen, ey. Hä? Ach, Kupfer. Was ist das denn, ey? Ich muss das hier so mitnehmen. Das ist in diesen Bällen drin, ey. Das ist, das ist voll schwer zu finden, Alter. Hat ja auch keiner behauptet, dass es leicht wird, ne? Ich muss jetzt... Hä, wieso hab ich jetzt hier Energie? Was ist das denn? Wo ist denn hier Kupfer? Wo hab ich das hingeklatscht hier vorne? Können wir jetzt nur eins mitnehmen, oder was? Das kann doch nicht sein. Was ist denn da für ein Wrack, sag mal. Ja, das war hier. Das Kupfer ist da drin gewesen. Da ist gemischt nochmal ein bisschen. Hier ist Organisch. Kann man das nicht irgendwie in den Rucksack tun? Ich glaub, wenn der Rucksack voll ist, dann kannst du wahrscheinlich nichts mehr aufnehmen. Normalerweise wird das wahrscheinlich dann auf den Rucksack draufgehen. Wenn ich das anklicke, dann kann ich hinten auf die leeren Plätze draufklicken. Dann nimmt er das an. Ach so. Aber Energie kann ich nicht mit. Wahrscheinlich, weil es voll ist, ne? Ja, ist wohl. Ja, klar. Kupfer hast du, sagst du? Ja, das war das einzige Kupfer, was in diesen Bällen drin war. Ich hab keine Verbindung mehr. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, wir sind ja gut geschützt. Warte mal. Kann ich denn irgendwie da von den Rucksacken noch ein paar Sachen abmachen? Das weiß ich nicht. Ach so, ich kann die einfach nehmen und wegschmeißen. Guck mal, Organisch brauch ich zum Beispiel nicht. Da hab ich total viel. Die kann ich wegmachen. Was brauchen wir überhaupt für Organisch? Ich kann einen Generator bauen, seh ich gerade. Ja, geh mal zur Base. Bau den mal. Ich guck mal hier, was für eigentlich Organisch. Guck mal, Organisch brauchen wir im Moment gar nicht. Dann nehm ich hier das Zeug hier Energy mit. Kupfer hast du mitgenommen. Ja, ja, hab ich was. Anscheinend hab ich was, weil der sagt, ich kann damit was bauen, aber ich bin mir nicht sicher. Ups. So. Wah, guck dir einen Planeten an, der da vorbeizieht. Krasse. Simple Grafik, aber doch schick gemacht, muss man sagen. Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall echt. Warte, ich save mal eben. Very nice ist das gemacht. Was ist denn hier? Nicht wundern, ich save. Ja. Was ist das denn für ein Gerät hier, Alter? Hier ist irgendein Gerät. Unbekannt. Ich kann das mitnehmen. Sollen wir einen Drucker bauen, oder was sollen wir bauen? Ja, müssen wir ja. Drucker ist... Wofür willst du Drucker bauen? Ich weiß ja nicht, was der kann. Wir bauen einfach mal alles. Was ist das denn hier? Was hab ich denn hier mitgenommen? Ey, wieso hängt sich das Spiel bei mir die ganze Zeit auf? Wie, das Spiel hängt sich bei dir auf? Ja, ich bin wieder rausgeflogen. Aber ist kein Problem mit John nach. Das ist ein bisschen verbuggt. Das ist halt eine Alpha, ne? Ja, das stimmt. Aber bei mir passiert dann immer so gar nichts. Gut, dass ich gespeichert hab eine Minute vorher. Ne. Ich denk mal, wenn ich spiele, dann kann eigentlich nichts passieren, denk ich mal. Das hoffe ich, ja. Boah, die Wege sind aber lang, ey. Wenn wir keine Fahrzeuge haben, dann ist echt ekelhaft zu laufen. Ja, dann guck mal, was du für diese Fahrzeugwerfer brauchst. Nur Fahrzeugwucht, wie das heißt. Dann bauen wir die und dann holen wir uns direkt einen Rover, oder wie das Ding da heißt. Ja, wäre sinnvoll, weil, guck mal, die Wege werden ja immer länger. Das ist ja anstrengend irgendwann. Och, ich vergesse natürlich auch immer zu sprinten. Das kommt natürlich auch hinzu. Freunde, es geht weiter, Bayer. Erst wenn ihr, nachdem der Spielabsturz hier beseitigt ist, was machst du denn da? Wieso hängst du da? Hä? Das weiß ich auch nicht so ganz. Das ist irgendwie verbarkt ein bisschen das Spiel, ne? Was ist das denn? Mach dir mal ein Loch oder so. Ah, jetzt gehst du weiter. Ist halt eine Alpha, ne? Aber das ist natürlich schwierig, wenn es dunkel ist. Dann haben wir gar keine Energy, ne? Das ist natürlich auch krass. Oh, ja. Aber wieso lädt er jetzt nichts auf, wenn ich hier direkt an der Base stehe? Das ist natürlich eine gute Frage, ne? Das weiß ich nicht. Drucker. Ich glaube, wir müssen den Drucker fertig machen, damit er die ganzen Sachen da drucken kann. Guck mal, Vorzug, Schmerzer, Fahrzeugbucht. Bah, Junge, das ist krass. Was brauchen wir denn hier für ein Fahrzeug? Aluminium, ja. Wo kriegen wir Aluminium hin? Wenn ich das wüsste. Das blöde Leuchtfeuer, das macht auch nichts. Drucker können wir doch erstmal aufbauen, ne? Ja, baue mal auf, was wir da können. Hä? Haben wir keinen Kupfer mitgebracht, oder was? Doch, du hast Kupfer mitgebracht. Aber nicht viel. Guck mal, brauchen wir nochmal Kupfer. Das gibt's nicht, ey. Und Kupfer finden wir nur in diesen blöden Space-Teilen. Och, nee. Oh, ich hab keine Energie, Junge. Wie lehren wir unsere Energie auf? Ja, jetzt in der Nacht natürlich gar nicht. Haben wir keine Sonne. Aber ich hab doch Energie hier mehr auf dem Rucksack. Ah ja, die ist bei mir noch voll. Kann ich das irgendwie benutzen in den Rucksack rein? I don't know. Wart mal, ich lass das mal hier auf den Boden. Ich versuch mal eben Dings zu holen. Kupfer. Ja, es kann aber nicht sein, dass wir nachts nichts machen können. Nur weil die Energie leer ist. Irgendwie können wir doch hier diese Energiewaben benutzen. Ja, irgendwie mit Sicherheit, aber... Oder du musst irgendwie auf einen anderen Steckplatz. Das weiß ich nicht. Ich hab grad Energie aufgehoben und auf den Rucksack gesteckt. Na ja. Hab ich schon verstanden. So, wo genau ist jetzt Kupfer hier abgebaut? Ja, das war in diesen runden Dingern da drin. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du da noch weiter abbauen kannst. Ne, ne, das war nur eins hinter drin. Ne, war da auch nicht. Da war nur ein so ein Ding drin. Mist. Das heißt, wir müssen nur noch nach diesen Teilen suchen. Oh ja. Oder das Spiel hängt sich einfach auf. Schon wieder? Ne, das kann's nicht sein, ey. Wie lebsch. Diesmal sogar ohne Fehlermeldung. Nice. Da hinten hängst du doch fest. Ich glaub nicht, dass ich festhänge. Es geht weiter, Freunde, bei Astronia. Nachdem die ganzen Spielabstürze jetzt hier beseitigt worden sind, hoffe ich mal, dass wir jetzt eine längere Session machen können. Was hast du zu sagen zu deinen Spielabstürzen? Oh, ich weiß es nicht. Das Spiel ist richtig verbargt. Ja, ist halt noch in der Pre-Alpha-Schlagmisch-Tot-Version. Wir brauchen immer noch Kupfer. Beziehungsweise haben das, glaube ich, gar nicht. Doch, du hast ja da drauf getan, oder? Oder hast du es noch irgendwie auf dem Rucksack? Ne, das eine habe ich drauf getan. Da ist aber nichts hier beim Drucker. Hä? Kann das vielleicht sein, dass es noch bei dir auf dem Rucksack klebt? Dass das irgendwie vor dem Spielabstutz war? Und das irgendwie nicht gesaved wurde oder sowas? Oh, das wäre aber bitter. Tatsächlich. Hast du recht. Aber warum sind hier keine Verbindungen? Guck mal, hier haben wir doch Verbindungen gemacht. Hier ist aber nichts. Hä? Da muss man sich ein bisschen verschieben. Was soll der Quatsch denn? Irgendwann ist das schiefgelaufen. Das Spiel ist halt verb... Ja. Ich will nicht sagen, Verbargtes ist halt eine Alpha-Version. Ich habe mich gerade schon gewundert. Wieso war da nichts? So. So. So, aber in der Richtung waren wir schon. Das Problem hier ist irgendwie gar nichts. Aber wir kamen doch eh keine Energie. Wir müssen erst mal das Problem der Energie lösen. Wie wir die Scheiße hier abbauen können. Weil sonst haben wir echt ein fucking Problem. Wie sollen wir was abbauen, wenn wir eh im Dunkeln hier rumlaufen und keine Energie produzieren können, ne? Ich habe keinen Sauerstoff. Das ist viel schlimmer. Ich muss mich auch erstmal hier aufladen. Was ist das denn? Guck mal, hier hast du keinen Sauerstoff. Passiert nichts. Der lädt nicht auf. Oh, der hat gar keine Verbindung, sehe ich gerade. Boah, Junge. Was? Jetzt erst? Irgendwas stimmt hier mit dem Ding nicht. Ab hier verschwindet das, ja. Warte mal. So. Ich glaube, jetzt geht's. Ja. Aber es wird jetzt auch jeder hell, glaube ich, oder? Ich hoffe. Meine Energy. Ey, was ist mit der Energy? Das fuckt mich ab. Können wir noch ein paar Verbindungen machen? Ich habe keine mehr. Dafür brauche ich, äh, dieses Leuchtfeuer, was du mir gegeben hast. Das habe ich jetzt hinten am Rucksack. Keine Ahnung, was ich damit soll, aber ich habe es da jetzt. Bei dir lädt sich aber die Energie auf. Guck mal, du hast gelb. Ich habe, ich habe gar nichts da. Kann doch nicht sein. Verbindungen, ja, können wir ein paar bauen. Vielleicht ist das irgendwie dieses Leuchtfeuer, dass das immer dir irgendwie, äh, auch Energie gibt oder so. Kann das sein? Vielleicht. Ich weiß nicht. Guck mal, kann ich das noch machen? Ne, ich kann das nicht machen, weil ich habe kein Gemisch. Hast du Gemisch irgendwo noch? Ich habe nur gar nicht ganz viel. hart. Gemisch habe ich gerade aufgebraucht für Verbindungen. Ja, was ist das denn hier? Wo ist das Gemisch hier, das Zeug? Ja, du kannst das Leuchtfeuer haben. Hier, heb das auch. Na, guck ich mal, ob das funktioniert. Äh, dann tun wir mal das hier weg. Ich nehme das mit. Na, bringt irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. Die Frage ist, warum hast du einen gelben Rucksack? Ich habe, äh, also diese gelbe Leiste, die Energie voll. Und ich habe nichts. Ich habe Rot. Ich kann nichts abbauen. Du kannst theoretischerweise was abbauen. Solarmodul. Weiß ich ja auch nicht, warum das ist. Durch Solarmodul hast du ja auch. Deswegen, daran kann es nicht liegen. Ja, die sind verbunden. Zwei Stück habe ich. Links und rechts hängen die ja dran. Ich baue mir mal hier eben zur Seite einen Weg. Ich kann nichts abbauen, solange es dunkel wird. Die Sonne soll aufgehen, ne? Da, 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 da kommt sie. Da hinten. Nice. Die Dinger fangen jetzt auch direkt auf. Guck mal, die bewegen sich direkt zur Sonne. Das ist so geil gemacht, das Spiel. Das müsst ihr jetzt mal so aufladen. Gemisch. Hier ist Gemisch. Aber ich kann immer noch nichts abbauen. Wie läppig. Irgendwas habe ich an meinem Rucksack zerstört, glaube ich. Ach, Quatsch. Das stimmt doch irgendwas nicht. Jetzt mal ehrlich. Ich kann nichts mehr abbauen. Oh. Jetzt habe ich das Ding verschoben. Ne, da kann echt irgendwas nicht stimmen. Guck mal, die Sonne geht auf. Und bei mir passiert aber nichts hier mit dem. Bei mir ist die Leiste voll. Ich weiß auch nicht. Was ist das denn? Ja, die war die ganze Zeit voll bei dir nachts. Bei mir nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas da kommt. Ey, hör auf mir irgendeine Scheiße unter zu jubeln, okay? Ne, das stimmt irgendwas nicht, Alter. Ich muss zurück zum Base. Ey, das ist doch scheiße. Jetzt mal ehrlich. Keine Energy. Gibt es da irgendwie einen bestimmten Trick oder sowas? Ich habe nichts gemacht, falls du das meinst. Ne, irgendwas ist irgendwie komisch. Warum steht hier einfach so ein Ding in der Gegend? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich habe kein Energy. Das ist ja läppisch. Das ist nicht läppisch. Was ist das für ein Quatsch? Da steht auch die ganze Zeit, das okay, warte, ich speichere mal. Oder nicht, dass das Spiel absteht. Das stürzt immer nach dem Speichern, ob es mir aufgefallen. Tja. Vielleicht sollst du mal speichern. Speichere du mal. Na gut, dann speichere ich mal. Und jetzt hänge ich das auf. Wetten? Ich gehe kaputt, ey. Einfach reingehen und dann? Tab und dann wieder raus einfach. Ja, hab gespeichert. Bei mir kam aber nicht, dass du gespeichert hast. Oh, ich habe irgendwas abgebaut. Irgendwas Neues. Bei mir keine Energie. Irgendwas ist mit meinem Rucksack kaputt. Weil die Sonne ist ja jetzt draußen. Aber der lädt irgendwie nicht auf. Wir brauchen Kupfer. Ja, wir brauchen gar nichts, wenn ich hier keinen Rucksack habe. Doch. Das verstehe ich nicht, Alter. Das ist doch wieder irgendein epischer Fehl, Mann. Das ist irgendein Bug, glaube ich. Ich schmeiß mal alles runter. Lithium, Batteriekammer. Guck mal, ich laufe sogar mit Taschenlampe rum. Und bei mir hält der Akku. Kupfer. Generator. Na, können wir auch nicht bauen. Guck mal, bei mir lädt sich das Ding nicht mehr auf. Das ist einfach stehen geblieben. Kann es sein, dass du eine Batterie brauchst? Keine Ahnung. Ja, aber wie? Du musst du Lithium abbauen. Ja, baum mal ab. Ja, woher soll ich wissen, wo das Zeug ist? Ja, aber kann ja nicht sein, dass bei dir die ganze Zeit abgeht. Und bei mir kann ich nichts mehr abbauen. Ich gucke mal eben hinten, dass ich da irgendwas finde. Scheiße. Das ist ja läppig. Irgendwas ist da auf jeden Fall passiert. Irgendein Fehler. Warum sind die Dinger wieder alle verschoben? Hier ist doch schon einer einen Weg gemacht worden. Das weiß ich nicht, dass das schon Quatsch ist. Das ist ja komisch. Das ist ganz komisch irgendwie. Wir haben doch nichts hier abgebaut. Das wäre die Dinger irgendwie verschieben. Warum habe ich keinen Sauerstoff? Ich sehe gerade, die Leiste ist gar nicht da. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, komm, du hast... Guck mal, was ist das denn? Schon wieder irgendwo eine Störung oder was? 25% Sauerstoff, der Typ erstickt gleich. Hä? Guck mal, schon wieder hier ist irgendwas schiefgelaufen. Hä, das ist doch... Hä? Hä, aber warum ist die denn rot? Äh, schwarz meine ich. Hä, ab hier hört es auf. Ich habe hier keine Verbindung, ne? Ja, ich habe auch hier auch keine Verbindung. Voll der Bug. Das Spiel ist übelst verbuggt. Also das... Besonders, weil ich jetzt keine Energie habe. Das ist ja voll komisch. Ohne Energie... Energy... Äh, das kannst du vergessen. Da kannst du ja nichts mehr abbauen. Ich kann nur noch dumm durch die Gegend rumlaufen. Haben wir nicht gemischt oder so? Dann können wir wenigstens das Ding hier aufbauen. Ich habe... Gemisch habe ich ohne Ende. Warte mal, ich baue das eben auf. Gar nicht Energie. Was bringt das Gerät hier? Das ist die Frage. Keine Energie. Das hat keine Energie. Dann kann ich Energie-Dinger hier reintun. Äh, wo sind die denn? Na, gar nicht. Habe ich jetzt nur noch hier vorne. Aber ich habe eigentlich voll viele Energie gehabt. Ah, ich habe noch einen auf dem Rucksack. Warte mal. Komisch. Kann man sich hier platzieren. Braucht noch mehr Energie. Es wird schon wieder Nacht, Junge. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, was ist das für ein Quatsch, dass ich nichts mehr machen kann? Das fuckt mich ein bisschen ab. Ich kann nichts... Du kannst ja selbst nachts... Lädst ich das Ding doch bei dir auf, oder nicht? Nein! Doch, benutze mal die ganze Zeit. Dann siehst du, dass sich das Ding wieder aufladen wird. Guck. Stimmt. Deswegen, ich habe mich schon gewundert, dass man nachts nichts machen kann. Das wäre ja voll absurd irgendwie. Wenn man nachts nicht mehr... Hier ist gemisch ganz viel. Muss nur weiter graben. Scheiße. Das Loch ist aber schon ziemlich tief. Irgendwie... Ich habe das Gefühl, das hat irgendwie was damit zu tun mit meinen... Äh... mit meinen Solarteilen. Die sind irgendwie kaputt oder so. Kann das sein? Bau dir neue. Ich lege die mal hier hin, Alter. Wie sehen die denn aus? Voll riesig, die Teile. Ja, aber am Rucksack sehen die irgendwie so klein aus. Naja. Das ist doch scheiße. Was für einen Krater machst du da? Scheiße. Ja, äh... Jetzt habe ich auch keine Energie. Jetzt lädt ich das ganz langsam auf. Ja, immerhin lädt ich das auf bei dir. Bei mir passiert ja gar nichts. Guck mal, die gelbe Leiste ist komplett weg. Bei mir war ja auch... Bei mir war ja auch immer auch so ein Plus über den Kopf, dass sich halt das Gelbe auflädt. Aber jetzt... Da passiert gar nichts mehr. Mach mal deine Solardinger ab. Tausch schon nochmal. Guck mal, ob das ob da ran liegt. Warte, ich guck mal, ob ich das jetzt auflädt. Wenn ich jetzt ohne... Guck mal, bei dir sieht das ganz anders aus. Eins zum... Mach mal leer. Ich kann nicht. Ist leer. das lädt sich trotzdem auf. Hä? Verstehe ich nicht, was das ist. Das hat also damit nichts zu tun. Das lädt sich bald sogar so auf. Komisch. Das ist echt ein Riesen-Bug. Ich würde sagen, wir brauchen Lithium, dann haben wir eine Batterie. Und dann vielleicht... Ich würde sagen, wir machen einfach einen neuen Spielstand. Weil das ist Quatsch, jetzt weiter zu spielen, wenn ich nicht mehr irgendwie hier abbauen kann. Das können wir auch gerne machen. Bin ich auch für. Weil das ist echt scheiße. Jetzt wissen wir wenigstens ein bisschen, wie das geht und so. Scheiße. Ja gut, dann werden wir in der nächsten Folge einen neuen Spielstand beginnen. Ist zwar jetzt schade, weil wir haben uns jetzt echt ziemlich gut zurechtgefunden. Und ja, aber wenn mein Rucksack sich nicht mehr auflädt, das ist natürlich bitterböse. Deswegen werden wir hier einen Break machen und sehen uns beim nächsten Mal, oder? Auf jeden Fall. Gut. Danke fürs Zuschauen.